Servus, er hütte ihn bald, er zelt ihn bald, er folgt Feuer im Wald, hier wird ein wenig grillt, alle Kinder dabei, von der Schulklasse Ja, Spicki, Servus. Servus. Ist hier noch eine Hand frei? Natürlich. Jawohl, Taschenlampe. Sehr gut. Und, wie war es hier? Auf den Inneher. Musik 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 Was macht ihr hier? Ja, sehr gut. Stecklein? Stecklein? Das ist der Sparhausführer von DHK-Flasch. Aber die Damen, die haben sie nicht zum Hauptpreise vergessen. Der hat den deutschen Messer doch nicht zu aufmachen. Soll ich zu uns helfen mit dem Taschenmesser? Dann wird es gar kein Seminer. Ja, wir haben gleich zwei Flasch. Machst du mal das Ding aus? Oh Gott. Die Stecker? Was hat die Lena noch? Ja. Sie hat die Wurzel kaputt gemacht. Oh, oh. So, jetzt wird alles heilern. Oh nein. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Ja. Ja, je. Ja. 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 Musik 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 Einheimische hier im Willi-Feste im Wald. Und da kommt ein Waldtroll, ein Waldschrat, ist die Frau Waldschrat? Da sind die Kinder, die haben klappern. Ja das ist klar, der geht vom warmen Ufer nicht weg, wenn hier draußen. Wer sitzt denn da in der Knabba-Box? Ja das ist ja klar. Der ist versorgt. Das war die Kinder. Das war die Kinder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020